Das tägliche Update zur E-Mobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Achim Kamka, Sie sind Chef von Street Scooter und Professor an der RWTH in Aachen. Wann liefert unser Postbote meine Briefe nur noch mit ihrem Street Scooter? Das ist schwer zu sagen, denn ich kann nicht für die Post sprechen. Wir werden technisch ungefähr in anderthalb Jahren soweit und dann wird die Post entscheiden, ob sie das denn nutzt oder nicht. Wie kommen Sie technisch gerade mit dem Projekt voran? Was haben Sie gerade so an aktuellen Baustellen in der Pipeline? Wir sind gerade mitten in der Industrialisierung. Das heißt, wir haben ja die ersten Prototypen auf die Straße gebracht, also umgesetzt. Und jetzt geht es darum, die Prozesse glatt zu ziehen, zu hinterfragen, bestimmte Veränderungs- und Änderungsmanagementprozesse einzuziehen. Und das ist jetzt das Tagesgeschäft. Insgesamt lässt ja sozusagen der Markt noch ein bisschen auf sich warten. Sie stecken ja sehr tief im Thema. Wann erwarten Sie denn persönlich den Wendepunkt für die Elektromobilität? Ich glaube, dass der Markt schon da ist, nur noch nicht das richtige Produkt. Insofern, sobald Fahrzeuge da sind, die in Summe auch wirtschaftlich sinnvoll sind in den Nischenanwendungen, darum geht es ja erstmal, wird ganz schnell gekauft. Also ich glaube, das ist der Hemmschuh und damit geht es eben um eine Kosteninnovation und das Thema Kosten. Also wenn die Kosten stimmen, wird auch gekauft. Nun ist die Karosserie von dem Street Scooter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ schwer. Passt das eigentlich zum Elektroauto? Geht es dann nur um Kosten? Die Gesamtüberschrift hier ist wirtschaftlicher Leichtbau. Wir sind also sehr genau hingegangen in die Analyse. Was rechnet sich? Also kann ich Batterie einsparen für Leichtbau? Was kostet das Kilogramm Leichtbau? Das war die eine Schiene. Zum anderen haben wir dann den Mehrwert, also eine Reichweitenverlängerung uns angeschaut. Und ich hole dann ein paar Kilometer raus, zahle aber deutlich mehr Geld. Und gerade im Stadtverkehr, wo ich diese Reichweiten eben bis zu 100 Kilometer habe, ist es völlig irrelevant, ob ich 100 oder 105 Kilometer dann Reichweite habe. Also insofern lohnt sich da nicht mehr Leichtbau zurzeit. Wie ist denn so das Feedback aus der Branche? Also ich könnte mir vorstellen, dass die OEMs sie durchaus argwöhnisch beobachten. Das kann ich nicht bestätigen. Also in Summe ist das ein sehr reger Austausch sogar. Wir werden nicht als Wettbewerber wahrgenommen und so sehen wir uns auch nicht. Das heißt, wir gehen in Nischenanwendungen rein, in das Flottengeschäft, wo wir also etwas abdecken, was bisher auch so nicht besetzt war in der Konstellation. Also mit relativ geringen Stückzahlen bis zu 10.000 Fahrzeugen. Und insofern werden wir eher als interessante Neuerung, Ergänzung wahrgenommen. Wie heiß sind Ihre Studenten der RWTH Aachen auf das Thema Elektromobilität? Also das läuft sehr prima. Also wir stehen quasi Schlange. Wir können leider gar nicht so viel unterbringen in den einzelnen Projekten, die wir drum herum aufgestellt haben. Also von daher ist da dieses Thema wirklich eins, was begeistert. Im wahrsten Sinne des Wortes elektrisiert. Ist die Jugend da der Schlüssel vielleicht auch für den Durchbruch zu dem Thema? Zumindest einer. Wobei ich auch durch die Bevölkerungsschichten und die unterschiedlichen Altersstufen hinweg betrachte, dass eben Begeisterung da ist für solche Themen. Das ist sehr ambivalent. Es gibt welche, die sehr stark ablehnend sind. Da ist immer die Frage, ob sie generell gegen Innovationen oder Neuerungen ablehnend sind. Das kann ich schwer beurteilen. Aber ich würde nicht sagen, dass es nur die Jugend ist, die in diese Richtung marschiert, sondern ich glaube, es ist schon in der Breite. Und wann wird der Tag kommen, an dem Achim Kamka alle seine Fahrten nur noch mit dem elektrischen Streetscooter bewältigt? Also die täglichen Fahrten, das wird ungefähr in einem, anderthalb Jahren der Fall sein. Dann werde ich eben auf unseren Streetscooter umsteigen. Elektrofahrzeug fahre ich ja schon. Für die längeren Fahrten in den Urlaub, das wird noch eine ganze Zeit dauern. Und da baue ich nach wie vor auch auf die konventionelle Technik. Das tägliche Update zur E-Mobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.